Ah, es geht in Aufgabe 5 also hier um Plankostenrechnung. Erste Aktion, zwei Augenbewegungen. Einmal oben sehen, neue Aufgabe, hin zu Buchstaben und zur Handlungsaufforderung. Und was ist die Handlungsaufforderung? Wir berechnen die Planbeschäftigung und die Ist-Beschäftigung, hinschreiben. Planbeschäftigung, Ist-Beschäftigung, hinschreiben. Überlegen, in welcher Dimension sind wir jetzt. Zeit, das heißt wir brauchen aus den ganzen vielen Aufgaben, die wieder zu unserer Verwirrung da stehen, nur die Zeitgrößen und nicht die Kostengrößen. Nur die Zeitgrößen. Und jetzt schauen wir in die Angaben der Aufgabenstellung nur auf die Zeitgrößen. Und wir können uns schon denken, dass Planbeschäftigung etwas sein wird, Stunden pro Tag mal Tage. So was. Oder Stunden pro Woche mal Wochen. Irgendwie so was wird das sein. Das können wir uns schon vorstellen. Also schauen wir da rein. Was sehen wir? Zwei Schichten am Tag. 16 Stunden am Tag. Malzahl der Tage. Multiplikation. Haben wir die Planbeschäftigung. Ist-Beschäftigung. Ist jetzt nur sinnvoll, wenn sie von der Planbeschäftigung abweicht. Nur dann beginnt die Aufgabe überhaupt zu leben. Wenn wir Ist-Beschäftigung gleich Planbeschäftigung haben, dann haben wir keinen Spaß an so einer Plankostenrechnungsaufgabe. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Ist-Beschäftigung ist über der Planbeschäftigung. Das bedeutet Überstunden. Über das Geplante Überstunden. Oder wir haben einen Maschinen- oder Menschenausfall. Dann haben wir eine Ist-Beschäftigung, die unter der Planbeschäftigung liegt. Wir schauen in die Aufgabe. Was ist passiert? Mehr oder weniger? Wir lesen, aha, da ist eine Zeit nötig für Wartung. 112 Stunden. Wir ziehen es von der Planbeschäftigung ab und haben die Ist-Beschäftigung. Die Ist-Beschäftigung liegt also unter der Planbeschäftigung. Eine der beiden Varianten, die möglich sind. Entweder drüber oder drunter. Also in dem Fall drunter. Und dann ist von uns noch verlangt, prozentual. Zu wie viel Prozent sind wir ausgelastet? Also es gibt über 100 und unter 100. In dem Fall wissen wir schon, es ist unter 100. Wir schreiben also in den Zähler die Ist-Beschäftigung, in den Nenner die Planbeschäftigung und kommen in dem Fall auf 90 Prozent. Fertig, aus, Ende. Von der Lösung zur Aufgabe. Nicht von der Aufgabe zur Lösung. Das überlassen wir unseren Mitbewerbern und den armen Schweinen, die im falschen Kurs waren. Die lesen die Aufgabe, landen in Verwirrungszuständen, machen dann irgendwas in ihrer Verzweiflung und nachher jaulen sie wie schrecklich die Prüfung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.